Ich glaube, es ist so ein guter erster Schritt, sich mit dem Thema Gründung konkreter auseinanderzusetzen. Mit hochklassigen Referenten, mit immer wieder unterschiedlichen Teilnehmern, die als Jury oder als Feedbackgeber da sind. Und weil man eben in einem geschützten Rahmen auch eine Community kennenlernt von Leuten, die alle hier in der Nähe von Kaiserslautern sind, mit denen man sich auch über die Samusco hinaus austauschen kann und eben auch Bestätigung findet oder Feedback findet zu seiner Idee und zum weiteren Verlauf der Idee. Also es ist einfach wahnsinnig intensiv. Sehr, sehr viele Kontakte, sehr viele Menschen. Es ist wirklich auch nochmal so ein Aus-dem-Alltag-Raus- und für eine Woche sehr tief eintauchen. Und das finde ich sehr wertvoll. Und ich glaube, dass ich hier zwar müde, aber sehr, sehr positiv und sehr inspiriert vor allem rausgehe. Wie würdest du die Samusco jemandem beschreiben, wenn ich fragen würde? Bunt, innovativ, ja und einfach macht Spaß.